Politik ist spannend und braucht alle Kommunikationsplattformen, auch und gerade die elektronischen im Internet. Wir wollen diskutieren in sozialen Netzwerken. Wir wollen mit möglichst vielen Menschen über unsere politischen Ideen in einen Austausch kommen. Deswegen freue ich mich, dass wir am kommenden Freitag die Gelegenheit zum Chatten haben. Schicken Sie mir Ihre Fragen. Ich werde alle politischen Themen rund um den CDU-Parteitag am kommenden Wochenende in Münster gerne beantworten und mit allen diskutieren, die Spaß daran haben. Ich freue mich drauf.